Servus und hab halt Ehre. Ja, heute greifen wir wieder an. Heute machen wir was anderes, weil super Wetter ist. Heute schauen wir mal auf Erkundungstour. Wir machen mal einen Spaziergang, einen Rundgang ums Revier mit Gummistiefel, dass wir mächtig heißgerüstet sind. Gummistiefel hat gesagt, den Hund nehmen wir auch mit, Mr. Max, den Hund an der Rochsel. Dann schauen wir mal, wo sie im Revier so dillt. Dann hätte ich sagen, wir packen es, oder? Jawohl, greifen wir an. Mr. Max! Geht's denn? Geht's denn? Ich bin meine Gummistie. Ich bin meine Gummistie. Ich bin meine Gummistie. Ich bin die Gummistie. Genie ich die Gummistie. Ich bin ich ihr mit. In der Zeit sind wir hier einen Entfernen. Ich bin ein Terrenmester, aber dann bin ich mit. indem ich die Gummistie. Ich bin sie mit. Und jetzt sind sie mit denen mehr so ein spazier, Pute? Wollt ihr Beeren? Gibt's nur einen Grabenbelli. Jawohl. Dürst du nicht essen, oder? Ich bin ein Wuchsbandwurm, Mr. Max. Oder? Was zeigst du dazu, Mr. Max? Ich bin ein Wuchsbandwurm. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020